Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Autoabenteuer Johanna. Wir machen heute Kartoffelsuppe mit Würstchen. So, fangen wir erstmal an mit den Zutaten. Wir brauchen natürlich als allererstes Ganz viele Kartoffeln für eine Kartoffelsuppe. Ja, ok, so viele sind es auch nicht, aber ich würde auch keine große Portion machen. Um das Ganze natürlich ein bisschen aufzupeppen, soll ja nicht nur Kartoffeln sein, brauchen wir Zwiebeln. Ich habe drei Stück davon. Eine Karotte. Möhre. Dann brauchen wir ein bisschen Schnittlauch. Eigentlich hätte ich gern frischen genommen, aber ich habe gesehen, meiner ist eingegangen. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Dann brauchen wir Pfeffer. Majoran. Muskatnuss. Eine schwarze Katze. Nein, ich grölle dich heute mal nicht. Spaß. Und, ganz wichtig, Lauch. Riecht auch super. Aber wir brauchen nur einen halben Lauch. Gustav, jetzt reicht es. Die nächste Katze springt hier drauf. Mann. Achso. Und ja, Küchengeräte brauchen wir eine Reibe. Denn den Pürierer benutzen wir heute nicht für die Kartoffeln. Wir machen das Ganze mal. Ich habe die Knoblauchknalle vergessen. Immer Knoblauch. Das gute Sert. Dann brauchen wir ein Messer. Und das Holzbrat seht ihr gleich. Also fangen wir an mit den Kartoffeln. Diese werden gerieben. Aber nicht fein. Auch nicht in Scheiben. Auch nicht super fein. Nein. Wir machen es grob. Unsere drvoor. Ei verteile. ... nichts. ... ... Das war's für heute. so und das kommt jetzt in den topf so das sind anderthalb liter gemüse würde ich vor aufgesetzt haben die brauchen mich als basis so jetzt wird der lauch geschnitten aber nur die hälfte und die andere hälfte die legen wir zur seite so karotten und lauch sind im topf jetzt kommen noch die drei zwiebeln und gewürze und am ende noch kudos in die super zwiebeln und jetzt geht es zum topf so gemüse ist drin jetzt wird noch schnell umgerührt jetzt werden die wiener würstchen sechs stück noch rein geraspelt kartoffelsuppe mit wiener würstchen